Man fährt hier sehr dicht an den Leitplan entlang, hat dann hier einen leichten Linksknick. Manche bremsen, manche gehen nur vom Gas. Er wird dann sehr schnell im fünften Gang gefahren. Man fährt ungefähr diese rechts dann im Bergauf zwischen 230 und 240 Kilometer mit dem Gruppe C. Mit dem Formel 1 ist es etwas schneller, dadurch dass man auch schneller an die Kurve hinkommt. Die Kurvengeschwindigkeit wird ungefähr dieselbe sein, aber man erreicht die Kurven natürlich wesentlich eher, dadurch dass sich auch das schneller beschleunigt.